Hallo, wenn ich euch so sehe, alle drei, muss ich sagen, ihr habt eigentlich alle drei etwas mit Amerika zu tun. Heidi hat jahrelang in Amerika gearbeitet, deine Frau Maria Schell arbeitet im Moment in Amerika und Horst Janssen hat noch nie in Amerika gearbeitet. Ihr seid alle sehr beschäftigt, Heidi hat gerade ein Buch geschrieben, eine kühle blonde. Komma bitte. Bitte, ja. Und Frau Goethe. Und du machst Regie in deinem kleinen Theater, also ein wunderschönes kleines Theater. Sommerhausen, Rotanzbaby. Rotanzbaby? Ja, als nächstes Stück. Oh, also, ich denke jetzt, was machst du jetzt? Aber Horst, du bist auch schwer beschäftigt. Ich mache das am laufenden Bad. Ah ja, so machen wir jetzt ein Beispiel für unsere Kandidaten von einem Regisseur. Du musst dich umziehen, glaube ich, jetzt, so. Es gibt jetzt eine Hochzeitsnacht als Beispiel. Du setzt dich auf den Regiestuhl, da. Ich gehe ins Bett. Und du gehst ins Bett, ja, du bist schon drin. Schöne Rolle. Der Bräutigam ist noch hinterm Parafon. Es geht los. Wir können beginnen. Ja. Absolute Ruhe im Studio. Ton ab. Einschalten, bitte. Rudi, halt die Klappe. Ich sage nichts. Oh, die Klappe. Oh, Entschuldigung. Wo ist das da? Die Hochzeitsnacht, so 218 zumindest. Man liest doch kein Buch in der Hochzeitsnacht. Und besonders, besonders nicht das, was man selbst geschrieben hat. Bitte, lese ich nicht. Bitte, Horst, zieh dich aus. Ja. Sag mal, wie machst du denn das zu Hause? Ist was verkehrt? Du ziehst erst die Unterhose aus und dann die Smokinghose. Das gibst du gar nicht. Ja, ich mach's dabei, ja. Oh Gott, das ist eine Qual. Also, bin ich froh, dass wir dem Trubel entronnen sind. Ja, es war eine glänzende Idee, gleich nach dem Empfang zusammen wegzugehen. Ich hatte aber das Gefühl, dass dein Vater das gar nicht so glänzend fand. Das musst du doch verstehen. Ich bin seine einzige Tochter. Sag mal, bist du noch nicht ausgezogen? Ich suche meinen Schlafanzug. Brauchst du doch nicht. Mach das Licht aus. Oh, mein armer Vater wird mich sehr vermissen. Er hängt so an mir, weißt du. Vater. Vater, nee. Was heißt Vater? Vater, musst du schreien. Vater. Ich stecken, natürlich, ja. Vater. Ja, also gut, ja. Vater, und jetzt nicht. Naja, und er, laut Skript, er bricht in ein hemmungsloses Schluchzen aus. Hemmungsloses Schluchzen? Ja. Wie macht man das? Kannst du mir das mal zeigen? Sag, wie oft hab ich dir das schon gezeigt, ja? Echt? Also, Zwerchfell einatmen, tief, zittern. Ja. Zwerchfell, ja? Zwerchfell, ja? Etwas gezenter vielleicht? Jetzt ich. Ja. Zwerchfell. 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 Okay, okay, danke sehr. So, jetzt, äh, hast du jetzt einen Regisseur gespielt oder machst du immer Regisseur? Äh, nein, ich mache es in Wahrheit dezenter. Ah, dezenter. Okay, du bist jetzt Jury. Drei Kandidaten sind in der Kabine und Sie, Herr Lipuner, machen den ersten Film. Und zwar ist das eine Cowboy-Geschichte. Wenn Sie etwas verbessern wollen oder eine andere Auffassung haben, unterbrechen Sie und machen Sie es dann vor, wie es dann nach Ihrer Auffassung sein muss, ja? Es geht los. Wut noch? Ja. Und kein Wort. Nein. Halt! Ja, bitte. Wie halten Sie dann die Pistole? Beginnen Sie nochmals von vorne. Ja, ja. Und wie soll ich denn die Pistole halten? Zeigen Sie es mir doch mal. Bitteschön. Wo haben Sie denn? Hier. Gut. Zum Klettern können Sie doch die Pistole nicht in der Hand haben, nicht wahr? Das ist ja viel zu gefährlich. Ach so, ja. Sie sind sicher, dann können Sie losgehen. Ich könnte mich selbst erschießen, ja, das ist richtig, ja. Halt, aber warte, sobald Sie dann welche kommen, raus sind, Pistole raus. Ah ja, gut. Okay. Gut, gut. Hände hoch! Ah! Und kein Wort! Mach mal Platz. Wenn jemand kommt, Maul halten, sonst klappt's. Oh, was mache ich jetzt mit dem Hut? Ja, halt. Und die Schuhe. Das stört doch. Das fällt Ihnen auch ein, mit den Schuhen zu einer Dame in das Bett zu steigen. In der Heine. Ja, dann macht er das, ja. Auf der Flucht? Was soll ich denn machen mit dem Hut? Ich habe doch ein paar andere Zähnenspiele wollen. Ich habe mich an das Drehbuch gehalten und was gelernt hat. Okay. Was mache ich mit dem Hut? Hut unter das Bett. Unter das Bett? Hat der Regisseur gesagt. Machen unter das Bett. Schuhe auch unter das Bett. Okay. Herein! Frau Anderson, haben Sie jemanden gesehen? Herr Sheriff, was haben Sie dann getrunken? Kennst du noch was drauf? In meinem Text steht, er kommt männlich rein. Ja, Sie kommen sehr männlich rein. Mit Schien kommen Sie rein. Können Sie mir das mal zeigen? Natürlich kann ich Ihnen das zeigen. Hier ist sehr gut. Revolve, bitte. Ja, bitte schon. Das war zu klein für mich, ja? Wo steckt dann der Dieb? Ich weiß nicht. Sie wissen es nicht? Nein. Warum schauen Sie an so ängstlich rein? Ja, hier ist etwas nicht genug. Ich muss mal nachsehen. Entschuldigung, bitte. Ja, hier, ja, hier. Reif! So geht das. Aha, warte, nochmal. Rein. Okay, nein, das konnte ich schon sehen. Ich wollte es wieder umgehen. Jetzt kommt unser nächster Kandidat, und zwar Herr Mohab. Herr Mohab, für Sie haben wir eine Vampire-Geschichte. Eine Tanz der Vampiren. Nehmen Sie bitte Platz da. Wenn Sie etwas verbessern möchten oder eine eigene Auffassung haben, unterbrechen Sie und machen Sie es mal vor, so wie Sie das möchten. Ja, es geht los. Halt, halt, halt. Nicht so schnell, nicht so schnell. Zuerst mal schnell, langsam rund um das Bett. Mal kontrollieren, ob es sich überhaupt lohnt. Rund, roh, 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 roh. Eher als die Rundruhe. Ja. Ja. Halt, 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 nein, 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 das ist vollkommen falsch, vollkommen falsch. Ein Wagenbier wird doch nie einer Dame in die Hand weissen. Ach so? Wenn, dann fangt er wenigstens schon hier an am Hals. Wo vorne? Doch nicht an der Hand. Ach, machen Sie mir das doch bitte mal vor. Bitte. Ich brauche uns über die Zähne, ja? Bitte sehr. Ja. Möchten Sie meinen Hut auch haben? Ja, ja. Ja, 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 ja. Sie kommen hier herein. Ja. Überzeugen sich zuerst, ob es sich überhaupt rentiert. Lohnt es? Jawohl. Es lohnt sich. Es ist gut. Ah! Ich kann mal den Hals. Super. Richtig. Und danke nur einer eigenen. Ich bin irre. Ah! Hase verschwende Hase! Hase, verschwende Hase! 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 Entschuldigung, da steht jetzt in meinem Drehbuch, der Vampir stirbt. Wie stirbt ein Vampir? Ein Vampir stirbt nicht, weil er wird nicht, er hat nicht erschossen von jemandem, der keinen Waffenschein hat. Aber das ist auch eine Kuh, der hat keinen Waffenschein. Das ist nicht mehr Waffenschein. Okay, das ist nicht mehr Waffenschein. Jetzt sehen Sie noch, da, oder? So, wir sind Räumen hier, jetzt kommt Geschichte Nummer 3 und da kommt jetzt, für Nummer 3 kommt da der Sohn, die Pune, Markus, da ist er gestuhlt. Jetzt für Sie ist das ein Heimatfilm, ja, ein Heimatfilm, so ein bayerischer Heimatfilm. Wenn Sie was verbessern wollen oder eine eigene Auffassung haben, unterbrechen Sie und machen Sie es anders vor. Es geht los. Ja, bitte. Servus, Traube! Ja, Servus, Burschi! Glaubt Sie nicht! Mann, was ist denn das für ein Saftladen? Haben Sie noch nie eine Dame geknugt? Saftladen? Also, so kann ich nicht arbeiten mit seinem Ton. Wer hat Sie ausgebildet? Wir machen einen sauberen Heimatfilm. Was soll ich denn machen? Machen Sie es mir vor? Die Wahlen sind erst in einer Woche, Sie wissen nicht sauber. Ja, gut, also, machen Sie mir es vor und dann mache ich es nach. Nein, das ist unmöglich. Wissen Sie mal, nein, ich meine, Leiter, ich komme ja von außen, ja. Da ist mein Hurt. Sehr gut, ja. Kommen Sie rein, ja. Wo ist denn die Dame wieder? Mann, will man es den Leuten noch vormachen? Die Schauspieler spielen nicht mit. Da war die Leiter. Die Leiter. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht besser. Zeigen Sie mir doch mal, wie es richtig gemacht wird. Was mache ich denn mit der Dame? Leiter, ich meine, das ist ein wenig viel. Schmeißen wir vor. Nehmen Sie einfach die Dame. Auch die Leiter wegschmeißen. Gut, ich schmeiß die Leiter weg. Schmeiß Sie die Leiter weg. Ja, das ist die Lösung. Vielen Dank. So, und jetzt gibt's noch sauberes Buster. Entschuldigung, da steht jetzt in meinem Drehbuch... Sie Heimatbanause, haben Sie das Drehbuch nicht gelesen? Ich meine, ein hochbayerischer Kuss, das soll knallen. Ja, aber da steht doch in meinem Drehbuch, steht doch jetzt, Sie fangen anständig an zu schwusen. Zeigen Sie mir das doch mal, wie ich das machen soll. Anständig schwusen. Also, du bist einmal ganz distingiert. Kommen Sie her. Nehmen Sie die Dame. Ja. Dann geben Sie einen Kuss. So, ganz einfach. Das ist alles. Ist das genug? Ist das genug? Ja, ich meine, Sie können das noch mit bayerischem Instinkt aufstarten. Ach so. Ja, du möchtest nicht. Und das letzte kommt jetzt Franziska. Und für Franziska haben wir einen Katastrophenfilm. Große Mode in der letzten Zeit. Und zwar so etwas wie Grizzly, so mit einem Bären und so weiter. Nehmen Sie diesen Stuhl. Und wenn Sie etwas verbessern wollen oder eine eigene Auffassung haben, brechen Sie ab und dann machen Sie es besser vor. Ja, es geht los. Was liest denn du? Flammendes Inferno. Und du? Der weiße Hai. Du, ich habe gehört, da soll hier in der Gegend ein unheimlich gefährlicher Bär herumlaufen. Ein Grizzly. Ich soll mich angstvoll an ihn werfen. Ja, das war ganz anders. Viel lockerer. Können Sie mal einen Moment herkommen, wenn wir das mal kommen? Ach ja, bitte. Oh, unter die Decke, bitte. Ja. Ein Grizzly, mein Gott. Hilf mir. Das war ein Rund. Danke. Das ist ein netter Ton. Sie hat bitte gesagt. Ja. Ach, bitte hilf mir. Ja, und auch nicht zu fest. Das ist nicht so fest. Das ist unnatürlich. Bitte hilf mir. Hast du das Fenster zugemacht? Nein, nein. Nein. Hast du mir die Tür abgeschlossen? Die Tür? Nein. Ja, du wachst das Gefährlichst. Die Tür. Ah! Nein, nein. Jetzt steht bei mir im Drehbuch, der Bär macht lauter blödsinnige, wahnsinnige Sachen. Was soll ich denn machen? Ja, doch nicht so ruhig hereinkommen, höre ich brüllen und so. Ja, ja. Können Sie mir das mal zeigen? Wie man brüllen. Hier ist der Bär. Okay. Ah! 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 Aha. Etwas so, ja. Etwas so. Ja. Und soll ich damit rein? Und was machen wir dann? Kreischen. 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 Ja, ja, ja. Ja. Ganz laut kreischen. Komm. Komm. Ja, tschüss. Oh! Ah! Der kitzelt ja. Okay, na, der ist ein Lachen. Und herzlichen Dank Heidi Brühl und herzlichen Dank Horst Jansson. Danke. Er hat die Fabelhaft mitgemacht. Und jetzt bin ich gespannt auf die Punkte. Vielen Dank.